Hallo und willkommen zurück zum großen Hund und ich Adventskalender 2014. Heute lernen wir etwas, das eigentlich im Vergleich zu anderen Kommandos eher unwichtig ist, und zwar das Pfötchen geben. Für viele Hunde ist es einfach eine kleine Denksportaufgabe. Sie müssen selber herausfinden, was sie machen sollen und bekommen dann ihre Belohnung. Und das zeige ich euch jetzt, wie ihr das aufbaut. Also, wir holen den Hund erstmal zu uns, schön im Sitz, nehmen dann ein schönes Leckerchen, in die Hand rein, da geht es schon los, Hand zu machen und hinein. Jetzt schnüffelt sie. Da! Super! Die meisten Hunde schnüffeln immer erst und wollen gucken, ob sie es so irgendwie rauskriegen, und wenn sie es nicht rauskriegen, dann fangen sie an mit der Pfote dran zu gehen und im Prinzip zu kratzen. Und so kann man es aufbauen. Sobald der Hund das zuverlässig macht, sagst du einfach das Wort Pfötchen oder Gippfötchen dazu. Gippfötchen! Und so kannst du es aufbauen. Du kannst es auch mit dem anderen Pfötchen machen. Gleiches Prinzip. Anderes. Super! Irgendwann dann. Ja, natürlich nicht belohnen, wenn der Hund es von sich aus macht, das ist klar. Ja, und so kannst du aufbauen, deinem Hund Pfötchen geben beizubringen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Kommando. Bis dann! Bis dann!